Hallo, hier ist Bianca Apf. Ich bin selbst Sängerin, mache Unterhaltungsmusik und freue mich sehr, dass ich jetzt schon vorab in den Genuss von Andis CD gekommen bin. Ich kann nur sagen, das Motto, gib alles nur nicht auf, das spricht so gekonnt in meine Situation und ich kann nur jedem empfehlen, sei es von der musikalischen Bandbreite, aber auch von den tiefgreifend lebensnahen, dynamischen, kraftvollen Texten, die für mich persönlich jetzt fast wie so ein herzens- und so ein reinigendes Herzens-Waschprogramm waren. Also ich persönlich bin sehr erreicht. Wenn ich jetzt von einem Lieblingstitel sprechen wollte, es fällt mir sehr schwer, weil jeder Titel war eine ganz eigene Reise und hat mich unterschiedlich, meine oder unterschiedliche Seiten zum Schwingen gebracht. Aber ganz ergreifend finde ich, weil das auch, glaube ich, für uns Menschen so gedacht ist, vergiss nicht, deine Flügel zu gebrauchen oder einfach auch im Glück zu baden, das Leben zu genießen und die Lust daran wieder zu ergreifen. Also ich habe viel Erbauung erfahren und finde auch dieses Album, das sprüht vor Leben. Und insofern möchte ich jedem einfach nur es ans Herz legen, weil es ist ein Herzensstück, dieses Album. Und ich kenne Andi schon lange, aber ich glaube, er hat sich wieder ein Stück weit mehr übertroffen. Ganz herzlichen Dank dafür und euch allen viel Spaß beim Hören. Ich gebe alles, aber nur nicht auf. Vielen Dank.